Leute, ich hab ein Problem. Malis Chill-Area wird von Wildvögeln besetzt. Ich schwör, da ist offen, die können da alle raus. Bin ich jetzt Vogelfinger geworden, oder was? Junge, ich warte jetzt einfach ein bisschen. Falls jemand nicht Mali kennt, Mali ist meine zahme Älteste, die ich aufgezogen hab. Die kommt immer von draußen durch die Voliere so zu uns rein. Ich bin grad am Essen und ich seh, es ist besser geworden. Da sind jetzt nur noch so vier drin oder so.